Das Metaverse. Für die einen ist es der digitale Megatrend, für die anderen nur ein Marketing-Hype, der zumindest aktuell noch mehr verspricht, als er hält. Auf der Suche nach der Wahrheit spreche ich in dieser Folge des Wirtschaftsaktuell-Podcasts mit Prof. Dr. Thorsten Henning-Turau vom Lehrstuhl für Marketing und Medien an der Uni Münster. Mein Name ist Michael Terhörst und mein Gast heute kennt die verschiedenen Facetten des Metaverse und die virtuelle Realität wie kaum ein anderer. Im April 2021 hat Prof. Dr. Henning-Turau am Marketing-Institut Münster das Experimental Reality Lab gegründet, um die Möglichkeiten und Herausforderungen des Metaverse genauer zu erforschen. Seither hat er unzählige Stunden in den verschiedenen Metaverse-Welten zugebracht, Erfahrungen gesammelt, geforscht und natürlich auch publiziert. Im Wirtschaftsaktuell-Podcast spricht Thorsten Henning-Turau über die wichtigsten Erkenntnisse und die Begeisterung, mit der er selbst heute die virtuellen Welten nutzt. Für ihn ist ganz klar, das Metaverse bietet auch für kleine und mittelständische Unternehmen enorme Chancen. Welche das aus seiner Sicht sind und wie Unternehmen das Thema angehen sollten, verrät er im Interview. Es ist ein für unsere Verhältnisse etwas längeres, aber auch ein sehr kurzweiliges Gespräch, in dem Prof. Henning-Turau nicht einfach den Stand der Forschung rekapituliert, sondern immer wieder auch über eigene Erfahrungen und Erlebnisse aus einer Welt berichtet, die so einiges in unserem beruflichen und privaten Umfeld verändern könnte. Reinhören lohnt sich daher auch, aber nicht nur für alle, die sich ein wenig intensiver mit dem Metaverse beschäftigen wollen. Ja, herzlich willkommen Prof. Dr. Henning-Turau im Wirtschaftsaktuell-Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen heute. Sehr gerne, Herr Theos, sehr gerne. Ich bin gespannt, ob wir etwas Interessantes zu bereden finden. Oh, da bin ich sehr sicher. Ich habe einiges im Blog oder auf dem Blog. Dann schauen wir los, ja. Herr Henning-Turau, die Auftaktfrage im Wirtschaftsaktuell-Podcast, die ist obligatorisch. Es geht immer so ein bisschen darum, den Gast oder die Gästin, wie man im Zeit-Podcast auch heute häufig sagt, den Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Und das würde ich heute mit Ihnen auch so machen wollen. Und Sie fragen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben wollen. Ja, ich bin ein Hochschullehrer, sagt Ihnen, an der Universität Münster, der sich seit sehr langer Zeit für digitale Entwicklung und Technologien interessiert. Und zwar nicht so als Techno-Nerd, sondern als jemand, der schaut, was kann man eigentlich damit anfangen. A, als Nutzer. Das bin ja ich dann selbst, so nach unserem Podcast. Ja. Was kann ich denn dann so machen am Wochenende? Und dann eben die professionelle Seite, was kann ich mit den Technologien machen während unseres Podcasts? Also wie kann ich das produktiv nutzen? Wie kann ich, wie ich immer sage, Wert generieren? Wie kann ein Unternehmen Wert generieren? Das finde ich spannend. Das versuche ich zu erschlüsseln, der Fragen zu beantworten, die wenige sonst beantworten können. Genau. Und das dann zu veröffentlichen in wissenschaftlichen, internationalen Zeitschriften und so dann berühmt zu werden, noch berühmter zu werden. Das ist, glaube ich, so. Wenn Sie einen Wissenschaftler fragen und der halbwegs ehrlich ist, dann ist das genau immer die motivierende Kraft. Also gehört ein bisschen Eitelkeit auch immer dazu? Auf jeden Fall. Also wenn Sie mich, ich habe in diesem Wintersemester die Einführung, es waren schon ganz neues Modul, so ein Onboarding-Modul mit 850 Studierenden gemacht. Und ja, das ist schon ein toller Moment, wenn man dann da vorne auf dieser Bühne steht und es schafft, dass diese ganzen Gen-Z, 850 Gen-Z-Leute, bei denen man ja sagt, die hätten eine Attention Spend von nur noch zehn Minuten oder so. Und wenn die nach 90 Minuten dann applaudieren und nach Hause gehen, ja, dann sagst du, ach, da fühle ich mich jetzt aber richtig gut. Also insofern natürlich, sonst würde man das gar nicht machen können. Also das ist auf jeden Fall Eitelkeit. Aber wer Ihnen, glaube ich, sagt, er ist nicht Eitel, da würde ich schon mal als Journalist auch ein bisschen… Da wäre ich auch skeptisch. Ne? Also, in diesem Sinne. Als Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und Medien an der Uni Münster beschäftigen Sie sich seit einiger Zeit, seit einigen wenigen Jahren mit einem Thema, das, das kann man so sagen, eine Zeit lang und auch immer noch die Geister so ein bisschen scheidet. Und zwar spreche ich vom Metaverse. Für die einen ist es ein totaler Megatrend, während es für andere irgendwie in Anführungsstrichen nur ein Marketing-Hype ist, der zumindest, sagen wir mal, aktuell noch nicht ganz das hält, was er verspricht. Sie haben in diesem Kontext 2021 im April das Experimental Reality Lab an der WWU in Münster gegründet, eben genau um Möglichkeiten und Herausforderungen in dem Metaverse mal zu checken und zu gucken, was gibt das aus Forschersicht wirklich hier. Also habe ich die ganz große und hoffentlich auch begründete Hoffnung, dass Sie so ein bisschen Klarheit und Objektivität reinbringen können. Was ist es denn jetzt? Megatrend oder Marketing-Hype? Ja, das herauszufinden, das war nicht ursprünglich unsere Frage, weil da gab es den Hype ja noch gar nicht so richtig. Aber inzwischen ist das zu einer der zentralen Fragen eben geworden. Was ist denn da Substantielles? Ist da was Substantielles? Und um das gleich zu beantworten, diese Trennung ist, glaube ich, auch ein Gegenstand unseres Gesprächs heute, weil ich will Ihnen da nichts verkaufen. Das ist ja auch gar nicht mein Job als Wissenschaftler, meine Sichtweise auf die Dinge. Ich bin kein, wie sagt man, Evangelist. So heißen, glaube ich, heutzutage Leute, die eine Sache so vertreten, dass jeder andere sie auch übernehmen muss. Das ist nicht mein Thema. Also mein Job besteht darin, die substanziellen Dinge von den weniger substanziellen, also gehypten Dingen zu trennen. Und das versuche ich. Das Ganze hat bei mir angefangen, vielleicht um zu sagen, da war es eben kein Hype, sondern da hat mir ein Unternehmensberater, hat mir gesagt, Mensch, ich habe da was für dich und ich würde dir gern mal so eine VR-Brille zuschicken. Das war im Dezember oder November 21, als wir alle ein bisschen Lockdown-mäßig waren. Zeit hatten wir ja nie, aber irgendwie war es alles nicht so schön. Dann war ich da im Büro, also der wollte mir das zuschicken, weil er gesagt hat, da ist ein virtuelles Event, ein virtueller Vortrag. Und ich habe das gedacht, naja, also klingt ja so ein bisschen nach Steven Spielberg und Science Fiction fand ich immer schon ganz spannend. Okay, dann hat mir das zugeschickt, habe ich es vergessen, habe dann am nächsten Tag kam dann meine Assistentin ins Büro und sagte dann, ja, vergessen Sie bitte, ich gehe jetzt nach Hause, aber vergessen Sie bitte nicht, hier liegt ja noch dieser Headset oder dieses Paket. Und ich sagte, ach du Kurs, ich war dann in Graugier, ich hatte vier Stunden unterrichtet. Aber ich wollte natürlich auch jetzt dem, also Hype war nicht, also Hype hat mich nicht getrieben damals. Und dann habe ich gedacht, nee, das kannst du dir jetzt wirklich nicht antworten, das ist ja so das Ende einer Freundschaft und Bekanntschaft, wenn du dann einfach sagst, nee, konnte ich nicht, habe ich dir zurückgeschickt. Und das war nicht so gut. Und dann habe ich es aufgesetzt und das war für mich so ein Hurra oder Heureka oder Ohwei im Moment. Das hatte ich nicht erwartet. Und bin dann durch unser, wir haben so verschiedene Büros in unserem Hotelflur aufgegliedert bei uns, aber keiner mehr da war, war halt irgendwie schon 19 Uhr. Und einen habe ich noch getroffen, der war, kommst du mal mit, kommst du mal mit, habe ich gesagt, kommst du mal mit. Und dann habe ich das aufgesetzt dort und er hat das dann aufgesetzt und ich, also ich wusste in dem Moment, dass, ich wusste nicht, dass es ein Hype wird, aber ich wusste, dass da was Superanzielles ist. Und dadurch, dass man eben, dass ich gemerkt habe, ich bin danach auf diese Konferenz gegangen, habe mich mit Leuten unterhalten, wirklich tolle Gespräche geführt, die ich gar nicht kannte und die ich zum Teil erst Monate später dann in der menschlichen Existenz, in der visuellen, fotorealistischen Existenz gesehen habe. Und habe wirklich sehr, sehr gute Gespräche geführt, die man ja im Lockdown nicht so oft und so viel geführt hat. Und da wusste ich, damit ist Nutzen verbunden. Wir haben das nicht, letzter Satz dazu, wir haben das nicht Metaverse genannt, weil das hatte zwar irgendwie schon vor 20, 25 Jahren, glaube ich, der Nils Stephens so genannt. Wir haben das Social VR genannt, das war für uns das Entscheidende und haben dann auf unserer Website irgendwann, nachdem Herr Zuckerberg sozusagen diesen Begriff populär gemacht hat, da haben wir uns dann gefügt und haben gesagt, naja, dann nennen wir das jetzt auch, was wir machen, nicht Social VR, sondern Nils Metaverse. Können Sie sagen, was Sie damals in der Situation so gepackt hat? Ja, ich habe vor kurzem, vorgestern, glaube ich, habe ich Chat-GPT, ich habe ja schon zugestanden, dass ich eitel bin, da habe ich Chat-GPT übergefragt, was dieser Thorsten Henning-Turro dann eigentlich so macht. Und da hat er tatsächlich gesagt, ja, der forscht zu sozialen Interaktionen, hat Chat-GPT gesagt. Und zwar insbesondere mit digitalen Medien. Und da habe ich, ja, Mensch, so eine Perspektive habe ich von meinem Leben noch gar nicht gesehen, finde ich ja spannend. War übrigens sehr, sehr treffend, sehr schlau. Und das war es für mich. Und was ich im Grunde, mein ganzes Forschungsleben ist eine einzige Analyse von digitalen, von sozialen Interaktionen durch digitale Medien. Das hat angefangen mal mit Customer Reviews oder so Kritiken, die man schreibt über ein Produkt bei Amazon, Produktreviews. Und die sind, wenn Sie, ich schreibe die, ein paar Tage später lesen Sie die. Das ist eine soziale Interaktion, die ist ganz schön langwierig und indirekt und anonym und so weiter. Also die nächste Dimension kam dann, als Social Media aufkam. Da sind soziale Interaktionen ja schon deutlich intensiver und deutlich schneller und deutlich persönlicher. Ja, und was das Metaverse eigentlich gemacht hat, ist, das hat diese sozialen Interaktionen durch digitale Geräte eine völlig neue Dimension gegeben. Plötzlich haben wir den Raum dazu bekommen. Das heißt, wir stehen wirklich im selben Raum, unterhalten uns, gucken uns um und sind sozusagen gemeinsam an einem Ort. Und das kann kein anderes digitales Medium, das kann überhaupt gar kein anderes Medium. Und das war für mich oder das ist bis heute und das wird es auch bleiben, die zentrale Wertquelle auch für, genauso für Gamer, genauso wie für Privatpersonen, die sich einfach nur unterhalten wollen, aber genauso eben auch für Unternehmer und daraus, das ist sozusagen die Quelle des Nutzens. Also der soziale Kontakt. Genau, und sozial heißt ja jetzt nicht, dass wir uns jetzt hier ums Lagerfeuer versammeln und, wie heißt das, irgendwie Baumrindentee oder so trinken. Das ist ja, du meinst ja sozial, ein sozialer Mensch und so. Nee, nee, das meine ich damit gar nicht, sondern sozial ist ja im soziologischen Sinne, im wissenschaftlichen Sinne ein ganz großer Begriff. Alles, was ich mache, was andere betrifft, ist eine soziale, hat eine, sozusagen dort ist eine soziale Auseinandersetzung, ist ein soziales Agieren. Und das ist damit gemeint, dass ich eben sage, wenn ich jetzt beispielsweise hier, wenn ich in eine Vorlesung gehe und dann frage ich mich natürlich immer, was ziehe ich mir denn heute an? Auch selbst, wenn ich mit den Studierenden gar nicht reden würde, ist das natürlich ein Verhalten, was ziehe ich mir denn heute an, was nicht durch Convenience geprägt ist, sondern durch die soziale Interaktion, die ich dann entsprechend habe. Und das ist, also, und da kann man sich jetzt im Grunde, wahrscheinlich, hoffentlich jeder ihrer Zuhörer, jeder ihrer Zuhörerinnen, der wird jetzt sagen, soziale Interaktion, da fehlt mir aber ordentlich was ein für mein Geschäft, nicht? Also, und das ist, darüber reden wir ja. Ich glaube, bis heute, das muss man so sagen, gibt es noch keinen richtigen Run auf dieses Metaverse-Thema. Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, ob die Zahlen stimmen, aber das vom Meta-Konzern, Sie haben Zuckerberg gerade angesprochen, gestartete Metaverse, also Horizon Worlds ist an der Stelle gemeint, hatte, glaube ich, Ende des vergangenen Jahres rund 300.000 Nutzer, wahrscheinlich ein paar weniger. Was glauben Sie, wann wird der Knoten da platzen? Ja, das ist eine ganz, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich ja kein Zukunftsforscher bin und Zukunftsforscher wissen auch nichts von der Zukunft. Also, insofern würde das auch nicht helfen, wenn ich ein Zukunftsforscher wäre, meistens jedenfalls so. Also, da muss man jetzt eben dann verschiedene Dinge unterscheiden und verschiedene Abteilungen des Metaverse oder Bereiche des Metaverse. Kinder, Jugendliche, die sind längst im Metaverse. Wenn Sie fragen, Begriffe Minecraft, Roblox, ein bisschen älter, Fortnite. Das ist etwas, das habe ich jetzt gerade gelesen, in den USA ist es so, dass im Durchschnitt jeder Jugendliche zwischen 12 und 16 irgendwie über 90 Dollar pro Monat in digitale Währungen steckt. Und damit sind sie nicht Krypto gemeint, sondern damit sind Robux und solche Dinge gemeint. Das heißt, so und das sind, wir nennen das so Proto-Metaversen oder ein Metaverse. Vorläufer. Ein Vorläufer, ganz genau. Eigentlich ist es ein Metaverse oder nicht eigentlich. Es ist ein Metaverse, für mich Arbeitsbegriff, virtuelle Welten, in denen Menschen mit Avatar oder durch ihre Avatargestalt aufeinandertreffen und soziale Interaktionen haben. Das ist für mich das Metaverse. Und da gibt es andere, die sagen, ja, aber das muss ja auch noch viele Bedingungen erfüllen, wo ich immer sage, ja, aber ich bin da gestern Abend wieder gewesen. Wo war ich denn dann, wenn das nicht das Metaverse ist? Das halte ich für, das ist unsinnig, meines Erachtens. Das bringt uns nichts. Und das heißt, bei den Jugendlichen sind diese durch 2D-Endgeräte erreichten Metaversen, die sind schon da. Und die sind in Millionen Nutzerzahlen da. Ich glaube, Roblox hat 260 Millionen Menschen im Jahr, ja, Quatsch, im Monat, die jeden Monat dort sind. Und das ist nur ein Anbieter, ein großer, aber nur einer. Ja, so, das gibt es. Dann ist aber tatsächlich so, und da haben Sie vollkommen recht, dass eben das Äquivalent dazu, diese Freizeitwelten, die ich mit einem Headset erreiche, wo sozusagen mein Zugangspunkt nicht der PC ist und nicht das Tablet und nicht das Smartphone, sondern der Headset. Das ist gerade noch keine Massenwirkung. Da gibt es, es gibt Welten, das sind die sogenannten Cross-Plattform-Welten. VR-Chat hat mehrere Millionen Nutzer. Dann gibt es eine andere, Rec Room heißt eine. Nicht von Track-Something, sondern Rec Room. Das sind auch viele Nutzer, Millionen Nutzer. Das sind alles so Cross-Plattformen. Da können sie sich treffen. Der eine kommt mit dem PC, der andere kommt über Smartphone und so weiter. Genau, das Problem ist einfach im Moment, dass die Headsets noch nicht so weit verbreitet sind. Also das als wichtige Antwort. Dann die Frage darauf, warum sind sie das? Das können wir gleich noch reden. Aber der andere Punkt ist dann, oder der dritte Punkt ist dann, und der ist mir auch wichtig, wenn Sie in Betriebe schauen, in Business-to-Business-Anbieter, dann sieht das wieder ganz anders aus, weil dort heutzutage VR schon fast überall eine feste Rolle spielt. Das war gerade jetzt, diese Woche war eine Konferenz, die hat der Brillenhersteller HTC, den kennt man ja aus anderen Bereichen auch, veranstaltet und haben Manager von, oder Ingenieure muss man eher sagen, von Siemens, von Bosch Siemens Hausgeräte, ein anderes Unternehmen. Und sozusagen ein Berater, der für Welten baut und Anwendungen baut, für General Motors, für Ford und so weiter. Die haben da ihre praktischen Beispiele verabreicht und das war definitiv, ich will jetzt mal stereotypisieren, das war definitiv eher ingenieursartig, als dass es hype-mäßig vermarktet wurde. Und die haben eben gezeigt, da wird ganz viel gemacht, da werden Mitarbeiter geschult, da gibt es eben Trainings, da werden gemeinsam Architekturkonzepte entwickelt, da gibt es, wenn jemand eine neue Anlage baut, wie wird diese, sozusagen eine Maschinenanlage baut, wie wird die gestaltet? Und das Problem ist ja, dann stehen Sie und ich wollen das gemeinsam machen, die sind beide zuständig, ich muss Sie überzeugen, wie mache ich das denn? Habe ich aufgezeichnet? Habe ich am Rechner und so weiter? Aber da gehen Sie halt gemeinsam hin, da stehen Sie halt über diese Anlage, können auch reingehen, die halt nur in 3D existiert, aber in 3D immersiv, Sie sind da mittendrin. Und das ist eben tatsächlich etwas, was nicht so Sci-Fi-mäßig ist, sondern das wird genutzt und dafür sind die Brillen, diese Business-Brillen oder die Enterprise-Brillen, die sind sehr stark schon verbreitet bei Unternehmen. Die sind aber auch, und das ist das, was ich auch öfter von Unternehmenden höre, relativ teuer. Also wenn man es jetzt für Belegschaften in breiter Masse anschaffen will, ich glaube so 400 Euro pro Stück, da ist man schnell bei so einem Kostenfaktor, der danach irgendwie auch nennenswert ist. Wie würden Sie Unternehmen abholen wollen an der Stelle, um sich dann bereit zu erklären, dieses Geld oder dieses Investment zu machen? Genau, genau. Das ist immer so, mein Großvater, mein Großvater hat mir mal, wir sehen, ob ich den Bogen hinkriege jetzt gleich. Bin gespannt. Ja, ja, ja. Mein Großvater hat mir mal erklärt, als wir ein Zugticket kaufen mussten, ein paar Fahrkarten hieß das damals noch, da hat er mir gesagt, lieber Thorsten, es ging um einen Pfennig, glaube ich, war das damals. Und sage ich dir, ein Pfennig kann einen großen Unterschied machen. Ein Pfennig, nicht? Und weil, wenn die zwei Mark kostet und du hast nur 1,99, dann ist der Pfennig der Unterschied zwischen der Fahrkarte und nicht. Und ich sage das deshalb, weil die Frage ist, für 400 Euro kriegen Sie übrigens keine gute Brille. Also Sie kriegen die Consumer, die Consumer-Brillen von Meta, die kriegen Sie für 450, 500. Dann würde ich aber da eine andere Halterung dazu kaufen. Also 550, 600 Euro sollte man ausgeben. Dann die Industriebrillen kosten 1.500 Euro. Also das ist so die Größe. Ist das viel Geld? Deshalb sage ich 1 Cent. Wenn ich es schaffe, einen Kunden, also sagen wir, wenn ich mir einen, ich bin jetzt irgendwo in Münsterland und habe dort eine, Anlagenbauer und ich habe dort eine Anlage, die ich verkaufen möchte, die ist aber so groß, dass ich sie nicht zu meinem Interessenten, der irgendwo in Baden-Württemberg sitzt, der mal eben so hintransportiert werden kann. Dann kann ich folgendes tun, dann kann ich dem ein, ja, kann ich dem ein Foto schicken oder eine PowerPoint-Präsentation zeigen. Das machen ja alle dann auf einer Website zeigen und dann machen sie so. Oder aber, sie nehmen die existierenden CAD-Unterlagen, bauen diese auf und dann schicken sie ihrem Interessenten einen Link und dann treffen sie ihn in dieser Anlage. Und dann zeigen sie ihm diese Anlage in allen Details. Und diese Anlage kostet, sagen wir mal, 3,2 Millionen Euro. Und dann sind wir da, wo mein Großvater war, mit dem einen Cent, sagen, ja, was haben wir jetzt investiert, haben wir ein Promille dieser Ausgaben. Das heißt, was ich meine damit ist, je nach Geschäftsfeld, je nach Tätigkeit, muss ich sehr genau überlegen, wie viel Geld sind eigentlich 500 Euro? Wie viel Geld sind eigentlich 2.000 Euro? Also bei vielen Unternehmen lohnt es sich absolut, den Kunden, den Interessenten, eine Brille zu schenken. It's part of the deal. So, bei uns ist es so, dass wir jetzt eben Seminare anbieten wollen, wo wir sagen, okay, du kriegst die Brille dazu. Ja, weil wenn du einen MBA-Studiengang bei uns abschließt für 20.000 Euro, sagst, ja, wir nutzen die ja für den Unterricht auch. Ja, also inzwischen, dann ist das halt, dann ist das genau, in Relation ist das, kannst du auch ein Tablet haben, aber wer will das schon? So, hat ja sowieso jeder schon. Also das ist, deshalb bin ich der Mann, diese Geldfrage ist da wirklich eine Relation. Für mich ist immer so, in jeder Situation, ich muss entscheiden, ist das wirtschaftlich, soll heißen, ist sozusagen rechtfertigt die Investition, die ich tätigen muss, rechtfertigt den entsprechenden Preis. Und das kann ich nur über den Nutzen, den ich dann realisiere damit, und dann kann ich sehen, ob es teuer ist oder nicht. Nutzen realisieren könnte man ja auch, das habe ich in einigen Ihrer Beiträge gelesen, im Bereich New Work. Können Sie dazu noch ein bisschen sagen? Ja, genau, das ist ein Anwendungsfeld, was, glaube ich, relativ, das heißt naheliegend ist, aber was für sehr, sehr viele, das bauen ja nicht alle in der Umgebung, bauen ja große Anlagen für diverse Millionen, Sondern, was aber jeder hat, ist, dass er sich unterhält, dass man in Teams zusammenkommt. Und die Teams können ja auf ganz unterschiedlichen Levels sein. Manche Unternehmen haben auch nicht nur einen Standort, sie haben verschiedene Standorte, auch in verschiedenen Teilen. Und mir hat gerade jemand von einer Fluglinie gesagt, wo gemerkt, auch nicht im Münsterland, sondern etwas größer, etwas europäischer dann, das größer verteilt. Die haben mal gerechnet, was sie an Ausgaben haben, an Reisekosten, nicht zu den Kunden oder so, sondern nur alleine, dass der von dem einen Headquarter zu dem nächsten Headquarter reist. Und das waren, glaube ich, zweistelliger Millionenbetrag pro Jahr. So, die Zeiten haben die wahrscheinlich noch gar nicht eingerechnet, die da verloren gehen, dann beim Warten auf den Flieger und so weiter. Und all diese Geschichten kann ich mir überlegen, man kommt zusammen, man hat ein Team, man will miteinander Probleme lösen. Und das macht man oftmals, indem man reist. Das ist aufwendig, das ist manchmal, das kennen wir alle, auch nicht wirklich zielführend, weil du sagst, okay, für eine Stunde sind wir jetzt zusammengekommen, jetzt bin ich wieder weg. Oder man macht es mit sowas wie Zoom oder einer anderen Art von Videokonferenz. Und da wissen wir alle, was die Defizite dieser Videokonferenzen sind. Und ja, das habe ich bei meinen Studierenden sehr, sehr lebendig, oder am Ende sehr enttäuschend erlebt, wo dann eben das anfängliche Interesse, die anfängliche Motivation etwas gewichen ist, was jetzt in der Wissenschaft als Zoom-Fatigue oder Videokonferenz ist. Ja, weil wir einfach, ja, wir gucken uns, da gibt es Forschung dazu, man guckt sich immer genau in die Augen, man bewegt sich überhaupt gar nicht, man sitzt ganz starr und so weiter. Alles ist statisch und so. Und das Metaverse kann eben tatsächlich, und dieses Schlüsselkonzept dort ist, das nennen wir soziale Präsenz. Und das bedeutet eben, ich bin wirklich, darüber kann man sehr schwer reden, da kann man auch nicht nur in 2D-Filmchen das zeigen. Aber wenn Sie eben zu zweit, also sehen Sie jetzt und ich jetzt diesen Headset aus, dieses jeweils Headset aus, wir treffen uns eben in einem gemeinsamen Bereich, in einer gemeinsamen Welt, dann würden wir uns unterhalten, so wie wir uns in physischer Realität unterhalten. Es gibt bestimmte Nachteile, die man hat, also all mein Make-up, was ich heute investiert habe, das wäre ja dann umsonst so. Da sind manchmal Menschen dann enttäuscht, es ist auch so, wenn wir dann, da gibt es so emulierte Handschüttelsachen, also haptische Reaktionen, aber natürlich ist das nicht das, wenn Sie mir auf die Schulter klopfen oder so etwas, das ist nochmal wieder was anderes, das gibt es dann nicht. Aber man ist schon sehr nah, man ist schon sehr real dabei. Und diese soziale Präsenz ist der große Unterschied zu eben 2D-Anwendungen, die man so hat, also diese Videokonferenzen. Und dann muss man eben als Unternehmer sich genau überlegen, wo nutzt mir das? Welche Art von Meetings, mit welchen Leuten, zu welchen Themen, die können profitieren von hoher sozialer Präsenz? Also das gibt ja bestimmte Situationen, wo man einfach sagt, ich verkündige jetzt nur mal eben was, so aus und vorbei. Da ist das egal. Wenn Sie aber ein Meeting haben, wo eben es auch wichtig ist, dass man sich nahe fühlt, da ist so ein Begriff, der heißt Intimacy. Das ist jetzt im Gotteswillen nicht irgendwie mit Erotik verbunden, sondern aber diese sich nahe fühlen, dann redet man ja auch anders. Dann redet man anders, dann ist es halt so, bei Zoom zum Beispiel, wenn Sie sich anschweigen, das ist ja furchtbar, oder? Das ist ja wirklich schrecklich. Muss ich sofort weiterreden hier. Aber das ist halt natürlich so, im wahren Leben ist es manchmal so, da lehnt man sich zurück und sagt erstmal, ja, jetzt denken wir, das ist kein Problem, weil man den Raum hat. Der Raum wirkt ganz anders. Und dieser Raum, der wirkt eben genauso auch in der virtuellen Dreidimensionalität, ja. Wirkt denn Körpersprache da auch? Ja, das ist ein tolles Thema. Einer der größten Memes, sozusagen der populärsten, ist ja immer, sag mir Bescheid, wenn die Avatare Beine haben. Das ist so ein großer Klassiker. Der ist so populär, dass der Mark Zuckerberg sogar sich dem so große Aufmerksamkeit widmet und sagt, meine Güte, da muss ich erstmal was zeigen mit den Avataren, dass die Beine haben. Und dann faked er in so einem Video die Beine seiner Avatare. So. Also habe ich auch auf diesem Industrial Meeting einen wunderbaren Satz eines Siemens-Managers, der dort präsentiert hat, gehört und sagt, es geht ja überhaupt gar nicht um sozusagen vollständige Realitätsnachbildung, sondern es geht darum, dass ich mich immersiv fühle. Also entscheidend ist nicht, dass das da drin so aussieht wie in der physischen Wirklichkeit, sondern, dass ich von, wenn ich drin bin, dass ich da bin. So. Und dass ich mich dort drin wohlfühle. Und das Faszinierende ist, dass sie, wo man von draußen auf diese Videos mit den lustigen Männchen, da mache ich ja auch immer welche davon so. Das sieht immer ganz, ganz, ganz putzig, ist glaube ich der richtige Begriff dann aus. Und dann kommt immer der Hinweis, sag mir mal, guck mal, du hast ja gar kein Unterleib. So. Und solche Sachen, wo man halt sagt, das Faszinierende ist, wenn sie in dieser virtuellen Welt sind, dass ihnen fehlt nicht der Unterleib und ihnen fehlt auch nicht der Unterleib des Gegenüber. Also das ist tatsächlich so, dass ich jetzt, wir unterhalten uns jetzt hier, der Hörer, die Hörerin merkt das natürlich nicht, also wir sehen uns jetzt an. Ich sehe ja auch nicht ihren Unterleib. Nein. Und sie weinen auch nicht, da wüssten sie sich auch schon anhaben. So. Und manchmal ist das halt auch ganz gut, wenn man das gar nicht so sieht. Und man muss es auch nicht. Und das ist das Faszinierende an dieser Erfahrung. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der zweite, und der ist ein bisschen kritischer, ist, wie weit kann man eigentlich Mimik, Gestik, wie weit kann man die rüberbringen? Weil die ist natürlich extrem wichtig, wenn wir uns unterhalten. Die Handgeste, ja, Frau Merkels Raute und was wir hier alles haben. Und das ist tatsächlich etwas, das unterscheidet sich extrem stark zwischen der jeweiligen App. Also Metaverse ist ja kein geschlossenes System, sondern das sind eben verschiedenste Anwendungen, die mehr oder minder dann durch Plattformen verbunden sind. Aber sozusagen das eben bei manchen geht das schon ziemlich beeindruckend, wo ich wirklich Handtracking habe. Inzwischen ist es so, hier liegt bei mir eine Brille, die hat Face-Tracking zum Beispiel und Augen-Tracking. Und wenn wir uns da treffen, dann kann ich halt tatsächlich schon entsprechend so ein bisschen skeptisch gucken, was ich viel zu oft tue. Ja, und dann kann ich aber auch sozusagen die Augenbrauen heben und so was. Also das geht und das sehen Sie alles. Das ist einer der meistbeforschtesten, auch in der Industrie, am meisten vorangetriebenen Wege, weil nämlich genau diese soziale Interaktion dadurch natürlich total andere Dimensionen bekommt, als wenn ich da wieder statisch da sitze und mich nicht bewege. Lassen Sie es uns mal für die Unternehmerinnen und Unternehmer konkret machen. Haben Sie einen Tipp für Managerinnen und Manager oder Führungskräfte, wie man sich mit dem Thema oder wie man sich dem Thema zunächst einfach mal nähern sollte? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil in der Tat ist es natürlich so, ich gehe jetzt nicht auch raus und sage, du, pass mal auf, ich bestelle einfach mal was. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Übrigens auch großes Hindernis. Und es ist ein, wenn es geht um soziale Interaktionen, das heißt, wenn Sie alleine jetzt sagen, ich kaufe mir mal so eine Brille, ja, das ist nicht so toll. Soziale Interaktion ist blöd, nicht? Also das können Sie sich auch irgendwie von Spiegel stellen und sagen, hallo. Das ist nicht wirklich Nutzenstiften. Nein, meine Empfehlung ist, im Moment ist noch nichts zu spät. Wer das bisher noch nicht gemacht hat, der ist noch nicht hinten dran. Aber das Ganze passiert, das Ganze wächst in den Industrien, also in Industrieunternehmen oder in produzierenden Gewerbe. Jede Branche versucht jetzt zu suchen, wo sind die entsprechenden Anwendungen. Und wenn sozusagen Ihre und unsere Zuhörer jetzt überlegen, wie kann ich denn das machen? Da ist mein Startpunkt oder meine Empfehlung immer der erste, ist wirklich, geh da rein, besorg dir das, schaff das, finde jemanden, der das schon hat, kauf dir eine Brille. Man kann sich im Zweifel auch so eine Brille mieten. Ja, das ist allerdings, die kostet dann irgendwie 120 Euro für drei Tage. Das ist auch blöd. Ja, die meisten, und jetzt kommt mal was ganz Praktisches, die meisten sind ja nicht nur, also eine Rolle, die man hat, ist, man ist ein wichtiger Manager, muss Wert schöpfen und so. Aber man hat ja meistens auch Wochenende und geht nach Hause. Und wenn man es dann schafft, also einer der coolsten Momente war tatsächlich, als ich diese Brille da nach diesem ersten Abend dann mit nach Hause gebracht habe. Und ich habe tatsächlich meine Kinder, selbst die Team-Variante der Kinder, echt beeindruckt. Also das war wirklich, die haben die erst mal, bis der Akku alle war, haben die das erst mal gemacht. Aber richtig, ja, aber wirklich. Nein, nur das ist, und tatsächlich ist das natürlich auch wichtig, weil es gibt große Projekte jetzt, wie das in der Ausbildung genutzt wird. Ja, wir haben jetzt 850 Studierende mit Brillen sozusagen versorgt im Rahmen von ersten Studien. Das ist für uns wichtig, dass man, dass unsere, der Nachwuchs, die Nachwuchsgeneration, dass die weiß, digitale Medien sind nicht notwendigerweise mehr zweidimensional, sondern es funktioniert, das Metaverse ist nicht irgendwie ein Zukunftsding aus irgendeinem Sci-Fi-Roman oder Film, sondern es gibt es. Und dann, damit habe ich dann ja auch Vorstellungen, was ich damit machen kann. Und das ist tatsächlich meine Empfehlung, reingehen, reingehen, gucken, irgendwie rechtfertigen. Meinetwegen auch drei Leute sich zusammensachen und sagen, pass mal auf, wir legen das Geld klein und dann tauschen wir das in eine Reihe. Ja, das musst du einfach machen und dann musst du das entdecken. Und dann wird man auch eine Idee, sehr schnell eine Idee entwickeln. Und das ist der nächste Schritt für mich dann, wo ich sage, okay, dann kommt die Frage, was kann ich damit machen, welche Produkte habe ich eigentlich, also erstmal welche Anwendung im Unternehmen, aber vielleicht auch tatsächlich in Bezug auf Kunden, welche Anwendung habe ich eigentlich, was mache ich eigentlich so den ganzen langen Tag, die ich durch Virtualisierung anreichern kann. Und das wäre eine Frage, wer im Unternehmen, welche Leistungen schaffe ich, die da passen würden. So, und wenn es nur der Unternehmenspartner ist, der in Innsbruck sitzt und den ich dann einmal in der Woche immer per Telefon schalte mit schlechter Verbindung dazu bringe, ja, vielleicht bringt das ja schon was, dann ist er dabei, so, beim entsprechenden Meeting. So, und wen will ein Unternehmen, wer hat Lust dazu, also wen hole ich da rein? Auch bitte nicht Leute reinholen, die sagen, boah, nee, ich mache so wie schon so viel mit digitalen Sachen und so. Nicht überzeugen, also nicht aufdrängeln, das bringt halt alles gar nichts. Gegenargumente gibt es ganz viele. Ja, und dann ist meine Empfehlung eben, wirklich klein anfangen. Wir haben bei uns da im Marketingcenter, und wir sind viel kleiner als fast alle ihrer Zuhörer, unserer Zuhörer. Ja, und wir haben dann gesagt, wir haben eine studentische Hilfskraft gehabt, wir brauchen ja irgendwie ein Zuhause im Metaverse. Und dann haben wir gesagt, was kann man denn da machen? Und dann hat diese studentische Hilfskraft mit Software Unity, die gibt es kostenlos in der Basisversion. Und dann hat sie quasi so einen digitalen Zwilling gebaut von unserem Eingangsgebäude, inklusive der ganzen Häschen, die da so herumhüpfen. Umhüpfen. Genau, so. Und das war dann für uns immer der Startpunkt, wo wir Leute abgeholt haben. Also wir haben dann gesagt, uns Studierenden oder Gäste, Journalisten, die wir dann dort getroffen haben, die ich dann dort getroffen habe. Ein toller Moment, gerade für jemanden, der in Münster studiert hat, der lange nicht da war und sagt, wow, das ist ja dahin. Da war ich ja. Da war ich ja, ganz genau. Jeder kennt das so. Und das war für uns etwas ganz klein angefangen mit wirklich, ich glaube drei Monate hat die Wissenschaft die Hilfskraft gehabt, aber dafür ja gar nicht so viel arbeiten. Und das war der Startpunkt. Und dann haben wir eben dann so Template-Welten genommen, die sind dann ein bisschen verschönert worden, haben da Seminare gemacht. Ja, und jetzt bauen wir die nächste Iteration quasi. Ja, das weiß man aber nur, man versteht auch nur, welche Welt, also welche App heißt das dann eigentlich, für welche Zwecke funktioniert. Da könnte man jetzt ganz lange darüber diskutieren, Pro und Con für jede, ist wie so ein bisschen, welche App soll ich eigentlich nehmen für, beim Internet surfen, ja, oder hier beim Videokonferenzen machen und so. Da gibt es halt immer Pros und Cons und sehr große Unterschiede am Ende. Und dann muss ich halt sehen, was funktioniert, aber das kann ich nicht durch einen Professor erfahren oder auch würde ich auch keinem Journalisten überlassen. Das möchte ich gerne selbst ausprobieren. Und dann verstehe ich eben, dass so eine Welt wie zum Beispiel Spatial heißt eine, die sieht ganz toll aus, aber da bewegen sich, die haben so ein AI in die Avatare reingebaut. Und da gucken sie immer ganz leer den anderen, also am Gesicht vorbei. Und das ist so ein bisschen, einer meint, das ist so ein Zombie-Meetup, ja, so. Und das wollen sie natürlich jetzt nicht haben, wenn sie ihre Kunden treffen und sagen, hey, das ist ja Zombie-Meetup hier. Das ist nicht die richtige Atmosphäre. Besser nicht. Nee, besser nicht, genau. Und da gibt es eben andere, da sind da wieder die Teens und die da rumlaufen und da müssen sie wissen, wie kriegen sie die Teens da raus aus ihren Geschäftswelten und solche. Sachen und diese Dinge, deshalb klein anfangen, wäre mein letzter Tipp, sozusagen dann klein anfangen und dann schauen, das dann wachsen zu lassen. Und ich glaube halt, dass es ein guter Zeitpunkt ist, das jetzt zu machen. Ich glaube aber auch, wenn man das nicht macht, dann, also vielleicht sage ich aus meiner Geschichte, das ist auch schon mal mir passiert, dass ich damals über das Internet gesprochen habe und mir ganz viele Leute gesagt haben, naja, sagen Sie mir mal Bescheid, wenn das Internet fertig ist. Und ich hatte schon damals das Gefühl, dass das wahrscheinlich nicht die richtige Einstellung ist. Und eins wissen wir, das Internet ist bis heute, glaube ich, nicht fertig. Und morgen auch nicht. Und wird auch nicht fertig sein. Und so ähnlich wird es mit dem Metaverse auch nicht sein. Wir wissen ja nicht mal, ob das dann irgendwie noch Metaverse heißt, aber dieses, was wir heute Metaverse nennen, aber das wird sich entwickeln. Aber ich verstehe diese Entwicklung überhaupt erst, wenn ich dabei bin, wenn ich das miterlebe. Und das ist meine Empfehlung. Eine kleine Unterstützung wollen Sie ja mit der Weiterbildungsabteilung der Westfälischen Wilhelms-Universität auch auf den Weg bringen. Und zwar wollen Sie ein Seminarangebot schaffen für Managerinnen und Manager, also für Führungskräfte. An welchen Stellen wollen Sie da ansetzen? Ja, das stimmt tatsächlich genau. Wir merken halt jetzt, dass Weiterbildung heißt ja, das sind Menschen eben wie ihre Zuhörer auch, die im Job sind und die mal länger schon raus sind. Und die haben ja alle keine Zeit, noch mal die Hochschulbänke zu drücken. Und das macht ja auch dann irgendwie keinen Sinn, weil die Kosten einfach zu groß sind, wenn man da rausfällt. Gleichzeitig merkt man halt, da gibt es diese Phänomene, über die wir jetzt gerade reden. Und dann sagt man, okay, wie kann ich das eigentlich machen? Ich kann mir zwar eine Brille kaufen, aber dann stehe ich davor wie der Oxo Berg und sage, ich weiß einfach nicht, wie fange ich eigentlich an? Ganz genau, der hat ja gut reden, der Professor. Genau, da werden wir jetzt sozusagen wahrscheinlich zweimal im Jahr so ein zweitägiges Seminar anbieten. Und dort werden wir quasi eine Art Gebrauchsanweisung fürs Metaverse oder für Value Creation im Metaverse anbieten. Genau, also das ist so etwas, wenn man sich da, im Moment gibt es da tatsächlich noch gar nichts Finales, aber wer Lust hat, kann gerne, wer mich hört hier, kann sehr, sehr gerne mich bei LinkedIn verknüpfen. Und dann werde ich bestimmt, wenn das dann final so ist, damit potzen und angeben. Denn, erste Frage war, ist der mal ein Eipel? Jetzt. Ist er, ganz genau. Also das ist tatsächlich, wäre dann der Weg. Ansonsten ist die Weiterbildung der Uni Münster, ist da auf jeden Fall, dann wird der Anbieter sein, so eine Veranstaltung. Und es wird auch in diesem ersten Halbjahr noch passieren. Also wen das wirklich interessiert, ja. Bei LinkedIn-Folgen, ganz wichtig. Herr Professor Dr. Henning Thurer, für die Schlussrubrik in unserem Podcast habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet. Oh wei. Ja, so schlimm geht es nicht. Ich würde Sie einfach bitten, die zu vervollständigen. Unternehmen, die sich heute nicht mit dem Metaverse beschäftigen. Ja, da befürchte ich, dass es Ihnen eher so geht, wie deutschen Händlern, die sich vor 20 Jahren nicht mit dem Internet beschäftigt haben, als dass sie so werden, wie Amazon geworden ist. Darf man so lange Sätze eigentlich machen? Ich glaube, dass das grammatikalisch fast richtig war. Ich glaube, das war ziemlich gut, aber passt schon. Im Jahr 2030 wird das Metaverse heißen und ein ganz selbstverständlicher Teil unserer Wirklichkeit sein. Ein Semikolon, Gespräche wie dieses hier werden wir vermutlich dann im Metaverse führen, weil wir beide unsere Brillen haben. Die werden wir ganz schnell einmal überstreifen, so wie ich jetzt den Headset übergestreift habe und werden das Gespräch dort führen. Eben ganz kurzer Ausschwenk an der Stelle. Die Brillen werden sich aber auch verändern. Das wird wahrscheinlich anwenderfreundlicher werden, oder? Ja, das sagen immer alle. Das ist jetzt, brauche ich nicht einen Satz. Darf ich zwei Sätze noch machen? Genau, das ist ein Einschub, der von Ihnen kommt, lieber Hörer, lieber Hörer. Der kommt nicht von mir. Ist gestattet. Ist gestattet, genau. Es wird auch immer gesagt, die sehen so groß aus, sehen so schwer aus und so weiter. Setzen Sie die mal auf. Ja, setzen Sie die mal auf. Ich bin diesen Winter durch den Winter in Münster gekommen, indem ich mein Spinning-Bike, also mein Rennrad, mache ich immer zu so einem Spinning-Bike und langweile mich üblicherweise jeden Winter zu Tode, indem ich da immer so Kilometer auf der Rolle, habe ich schon alles probiert, mit allem wirklich super langweilig. Diesen Winter habe ich mir ein Oculus Quest 2 Headset aufgesetzt, habe eine App installiert, zahlt für die, glaube ich, 12,99 im Monat und kann ich monatlich kündigen. Und was die macht, ist, da kann ich mein Fahrrad mit verknüpfen und die hat die Bilder, die bei Google Earth drin sind, die hat die genommen und jetzt fahre ich halt den ganzen Winter rund um die Welt, letzte Woche gerade eine unglaubliche Schotterpiste in Alaska, sowas habe ich nicht gesehen. Und meine Frau sagte nach anderthalb Stunden dann, wirklich jetzt, und schon sagte sie, willst du jetzt nicht mal aufhören? Ja, so, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das ist irre, zu sagen, meine, also ich sage das alles, weil ich glaube, diese Headset selbst, ja, die werden leichter werden, die werden auflösender werden, wie alles. Aber wenn Sie sich jetzt mal hinsetzen und das erste iPhone angucken, heute gucken wir uns das an und sagen, ey, das ist doch nicht ernst, das kann man doch nicht gekauft haben. Und wir fanden es damals, oh, ist das toll. So, also ich glaube, das einfach nochmal einmal aufsetzen, sagen, ups, so, dann ist es nicht schwer, dann, ja, das wäre jetzt meine Aussage, also alles ein bisschen relativer, die werden, aber für die, die es hören wollen, ja, die werden deutlich, deutlich leichter werden. Dankeschön. Gerne. Seit der Gründung des Experimental Reality Labs habe ich vieles gelernt und erlebt. Am meisten beeindruckt hat mich bisher? Die Intensität, mit der ich Gespräche geführt habe, mit der ich Menschen, mich mit Menschen, die ich vorher gar nicht kannte, unterhalten habe, die, ja, damit ist das eigentlich schon gesagt. Am meisten enttäuscht hat mich? Also ich spiele, also jetzt muss ich den Satz verenden, am meisten enttäuscht hat mich das Verhalten mancher Nutzer in der Metaverse-App 11, das ist eine Tischtennis-App, bei der ich regelmäßig spiele und bei der ich auf Platz 4.900 irgendwas, der virtuellen Weltrangliste bin. Ja, ja, von wirklich diversen 100.000, 100.000 Prozent. Und dort, wenn es dann Leute gibt, die einen mit so Trash-Talk versehen, um zu gewinnen, also widerliche Menschen gibt es auch im Metaverse. Das ist das Ertäuschendste. Füche, die werden uns überall hinbegleitet. Ja, das ist eine der Erkenntnisse, wo ich auch sage, don't hold that against the Metaverse, weil es ist in der Tat genau so, dass, ja, die sind halt da. Keine negative Alleinstellung für das Metaverse, leider. Nee, 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 nee. Dass Deutschland im internationalen Vergleich bis dato kein Digitalisierungsvorreiter ist, liegt aus meiner Sicht? Das liegt an uns. Leider ja, ne? Das liegt an uns, das liegt an uns, weil wir uns, weil wir uns, weil wir zu satt sind, weil wir uns zu wenig interessieren für neue Dinge und weil wir uns, ja, weil wir zu sehr die Risiken sehen und damit Veränderungen, die unbequem sind und anstrengend sind, denen aus dem Weg gehen. Damit haben Sie fast die Antwort oder die Vervollständigung des nächsten Satzes mitgeliefert. Ich sage es trotzdem nochmal. Ich würde mir daher wünschen, dass... Wir alle, auch ich durchaus, etwas offener sind und mehr auf die Chancen gucken als auf die Risiken von neuen Dingen. Wir gehen häufig davon aus, dass, wenn wir nichts tun, der Status Quo erhalten bleibt. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Wir müssen die Kosten des Nichtstuns, die müssen wir realistisch einschätzen. Das wünsche ich mir. Ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Prof. Dr. Henning-Turau für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ebenfalls, genau. Ich hoffe, weil ich schaue, ich habe ja jetzt eine Metrik generiert durch die LinkedIn-Anfragen. Da werden wir dann sehen, wie viele sich melden. Ich hoffe, es hat Ihnen, den Zuhörern auch Spaß gemacht. Ich fand es klasse. Dankeschön. Vielen Dank. Das war der Wirtschaft aktuell Podcast zum Thema Metaverse mit Prof. Dr. Thorsten Henning-Turau von der Uni Münster. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns ganz einfach im Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin. Tschüss.